und aber man soll ja und so macht man das im hause nur ich ja an mäßig bescheiden Das Auto ist fast voll aufgepimpt Mehr kann ich da nicht rausholen Das ist ein Aufräum hier Das war zu viel auf Toll, super, das war zu viel aufgeräumt Ich glaube, das können wir abhaken Das können wir ganz klar abhaken Toll Ich wäre vielleicht als Zweiter noch ins Ziel gekommen, aber ne Ich muss ja aufräumen Putzkolonne Auf jeden Fall, dieser Sprint, geil So, das Intro kennen wir Let's go Versuch 2 So, okay Das war nicht gut Deswegen ist der Audi Äh, der Porsche Was ist immer Ah, doch Der Audi So weit vorne Weil er die Abkürzung genommen hat So, Information Ich kann ja nur Drift So läuft das Alter Alter Das ist geil Warum fahr ich die Abkürzung Nee Dankeschön Überholt mich alle Ist klar Alter 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 Was machen die denn da Die haben eine einzige Massenkarambolage veranstaltet Komm fahr schneller Komm fahr schneller Schluss, wenn das Auto denn Voll ist Haha, ist es voll Voll gelaufen So, die Musik passt auch voll dazu Oha, die indische Bollywood Musik hier kommt Was bin ich hier erst da Aber die kommen so und so noch an Das sieht man ja so schon Ja, super Ist Total super Alter Tiefling da runter Ah, doch die geile Kurve wieder Ihr könnt nicht Rift Und seht ihr das So macht man das Oh yeah Das müssten sie öfters mit ein Spiel machen Die verausnahmung Habt ihr gesehen, wie der da rumgefahren ist Auf der Minimap Krank Wie der abzieht Guck dir das an Das war ein Cheater Der Oh, ist das unfair Ist das mega fies Alter Oh, Nitro Gib her Ja Am wenigsten zweiter Der da vorne hat sich rein gecheatet Toll Preilschutzkarotterie Okay, wir hätten es geschafft Wäre der nicht so doof gefahren Anwenden So, neues Rennen Mal reparieren Ah, jetzt repariert das nicht Ist ja klar Was wird er? Autolock empfiehlen, was? Fahrer 80,4 können wir mit Audi GT64 Rennen So Downtown Run Crashdown Sprint Run 3,9 Kilometer Äh FPS bitte Komm Danke So 24, 25 Das ist perfekt Aber 20 So unter 20 Das ist scheiße Und gerade wenn es Lecks kommen Aber auf jeden Fall war die Strecke richtig geil So Vielleicht nehme ich heute mal richtig, richtig lange auf bei Nitro Speed Damit ich ein paar Parts vorarbeite Und wenn es dann so ansteht, dann werde ich dann auch den Upworkplan ändern und dann wird da stehen Need for Speed Ja okay, Brust Street wurde zweimal gewählt, dann würde Brust Street jeden Tag kommen Ähm Most Wanted 2012 Die zwei Projekte auf jeden Fall Und dann noch vielleicht Most Wanted 1 Nein Most Wanted 1 könnte dann vielleicht alle zwei, drei Tage kommen Zwei Mal die Woche, das reicht glaube ich Verstanden Code 3 genehmigt Erbitte Statusmeldung Over So Entkommen Da vorne ist es auch schon Ah Das gefällt mir Das vorletzte Rennen für den Audi R8 Der gefällt mir riesig gut Oh Wasser Brücke Ich dachte da kommt auch eine Tsunamiwelle Ja Macht doch noch Schnellere Autos rein Amogini, Bugatti Was weiß ich Unsere Audi A1 ist klar Nein Ich hab's gewusst Oh man Alter Oh man ey Das kann nicht sein Aber egal Wir werden auf jeden Fall wieder aufholen Schönen Drift Dann haben wir die eigene Korola voll mal richtig geil Das muss ich zugeben Von McLaren Verpiss dich So Audi A1 Verpiss dich Mann ey Dreh dich noch weiter Ey komm 150 Das ist doch nicht dein Ernst Oder Meine Fresse Die ganz letzte sind wir ohne So fünfter War zu dir auf die Handbremse gedrückt Das ist wieder ein Kontrollpunkt Ach ist das nicht schön Alter Jetzt reißt das ey Wenn ich die jetzt alle noch einhole Na acht Das ist eigentlich schon Beides Ziel Komm 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 So Und den kriegen wir noch da vorne Sehr schön noch gewonnen Yeah Rennreifen und Leichtbau Chassis Wenigstens etwas Natürlich anwenden Da ist ein Schild Werden wir natürlich mitten hier So Das nächste Rennen bitte Wie lange ist das noch entfernt Ist ja Licht in der Nähe So jetzt probieren wir das nochmal aus Bevor wir Das hier beenden Und uns dann An die Tempojagd Widmen So kennen wir ja schon Versuch nochmal drei Ah ne Versuch vier oder Ist das vier Ist das vier Keine Ahnung Ich zähne hier mit Fahre 16 Kilometer Gegenverkehr Fahre 16 Kilometer Gegen die Wand Ach mit 140 Den Berg hoch Ist doch nicht dein Ernst Jetzt crashen die sich eh alle Da fahr lieber unten lang Dann nicht auf dem Verkehr Ja komm jetzt fahr doch mal Schneller bitte Ich muss hier Speed drauf haben Um nur lang zu drücken Ich habe gar keinen Bock hier lang zu fahren So Leck mich Vergessen ey Alter was ist das für ein scheiß Agro renn Das ist zum kotzen Mal sehen Vielleicht mache ich auch schon Most Wanted 6 So gut wie das hier läuft Ey Mit dem Most Wanted Fahrern Aber irgendwie nicht Pisse ich mal So jetzt geh mal weg hier So jetzt kann man hier lang fahren Geht doch Dankeschön Schub sich noch an Da krieg ich noch ein bisschen mehr Speed Er crashed Die da lang fahren ey Da muss man präzise lang Und nicht rein Rasen wie der letzte Penner So wir fahren so Lamborghini hau ab Fahr 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 Komm 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 Ja das haben wir Ja Okay 300 Fels Auto Energieshop Nitro Ach ne das ist doof Aber trotzdem Wollte auf jeden Fall Gold haben Oh neue Bestleistung Natürlich anwenden Ah ne jetzt habe ich den angewendet Scheiße So komm komm Modifikation Nitro will ich brennen So zurück Einmal zurück Rennen Downtown Run Das ist ja perfekt hier zum Abbiegen Downtown heißt ja schon dass es irgendwo in der Stadt ist Downtown heißt ja eigentlich immer Downtown Down heißt ja nicht unten Im unteren Teil einer Stadt Downtown Fairhaven So wie es heißt Oh lang ist jetzt hier Profile gestaltet Wo haben wir das jetzt verdient Sehr schön Perfekt So gefällt mir das Hier ist das Most Wanted Ne da war ein Oh Und Crash Ein Auto was auf der falschen Straßenseite fährt wird nicht angehalten Super Entwickler Ich mag dieses Auto nicht Ich gehe noch zwei Kilometer und es ist wohl in den Bären Dann fahren wir nach Downtown wie wer ist damit Also in den Tunneln ist die Frap Sam auf 30 Das gefällt mir So Gibt es hier unten eigentlich irgendwas Ein Auto Ein Porsche Okay Auf jeden Fall haben wir das jetzt 56 von 123 Stellen Natürlich wollen wir diesen LP alle Wechselstellen Alle Plakate Alle Radarkameras Okay die werden wir schon weiter Das Auto ist total kaputt Geht das letzte Rennen für den Audi A8 Und dann Werde ich Mit dem Auto noch Den nächsten Most Wanted One Herausforder Ich trinke erst mal was Ich trinke erst mal was Sieht nice aus das Intro Mal sehen was uns dieses Rennen zusammen hat Wird es einfach wird es schwer Ja So Achtung Kopf Guten Tag mein Freund Mal sehen wie diese Tempojagd wird Also Es gibt natürlich sehr schwere Tempojagden Aber mal sehen wie die hier wird Da stand auf jeden Fall schwer dran 225 für die Silbermedaille Toll nur weil da so ein dummer Gegenverkehr kam So So Oh Gott Wir sind nicht mal im Silberbereich Und wir sind nur einen Kilometer unterwegs Was sollen das jetzt werden Okay 241 brauchen wir Wir haben 228 Haben wir Okay Da fehlen noch 13 kmh Die machen wir auch noch Okay schwer ist das Rennen nicht So Reifenreparatur anwenden natürlich Nee Äh Springen Bitte keine Cops jetzt Nein Ah ich kannte Kann das Rennen eigentlich Starten oder Und tschüss Cops So dann machen wir es gleich nochmal Downtown Run So Überspringen So Second Try Der Bullen Ist bestimmt auch wieder da Guten Tag Ich hab dich auch Wow Die zwei Sekunden der Offroad ey So jetzt dürfen wir jetzt hier nicht crashen Wir dürfen dieses gesamte Rennen nicht einmal crashen Wir kommen Wir kommen gegen den Verkehr So jetzt sieht gut aus Kann immer sein dass Gegenverkehr kommt oder Irgendein Verkehr dazwischen Fuchtet Der Cop kommt Oh bitte So ist die Oh Komm 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 Yes Ja Gold Aero Karosserie Ey sehr schön Im zweiten Versuch Ey das läuft richtig richtig sehr gut Richtig richtig sehr gut Gutes Deutsch Natürlich anwenden So jetzt weg hier Auf jeden Fall sind die Bäume schon noch hinter uns her Flüchtiger Stepfist Koordiniere Neuorganisation So für eine runde Reparrieren So und jetzt geht's auf Okay jetzt Getriebe Aber ich will das nicht rein machen Gleich verliehen wir sehr viel Deswegen gehen wir jetzt auf Wagen Ach nee das mache ich den Moosman zu trennen Und jetzt den Moosman mit Nummer 6 3 Kilometer ist nicht viel Das machen wir in dem Part noch Und ich werde jetzt mir dieses Nitro für das Rennen aufheben Wird mir jetzt richtig viel geschafft Ein weiteres Auto ist weg Und Ähm was wollte ich sagen Und ein Mooswanted Gegner Ich würde sagen das läuft Das ist ein Schild 19 von 156 Reklametafeln ja Ey da fehlen auch noch ein paar Also ich habe ja beim ersten paar Mal ausprobiert Dieses Spiel mit Lenkrad zu spielen Und es ging gar nicht Ey Leute wie schwer das war Also man konnte schon fahren Aber es war Es war schwer Oh fuck Ach das ist ein Auto Das ist ja praktisch 57 von 123 Auch wieder eine Viper Jetzt haben wir schon zweimal die Viper Gut Nein Mann Ist immer gut bei so einem Crash Wenn sich das Auto dann danach noch dreht Und auf den Rücken landet Dann wird es automatisch um die Viper zurückgesetzt So einmal will ich es noch reparieren Darf ich es? Ja So Mooswanted Nummer 6 McLaren Das wird nicht leicht Werde erster Gutes Ziel Ja Und das Intro Okay Sind wir wieder hier bei Transformers Das Auto wird aus dem Boden rausgezogen Aber es sah richtig richtig geil aus Ich will mal gerne wissen Wie lange die an diesen Intros gebraucht haben Die haben bestimmt viel länger gebraucht Als an das gesamte Spiel So 6 Kilometer werden jetzt fahren In den McLaren Tschüss Oh das Wow Er kam an Ich bin weggebasht What Street Racer Ja ich bin auch so ein guter Street Racer So mein Lieben Nargebänder Ihr werdet mich nicht erfassen In diesen Let's Play Oder bei diesem So waren sie drin Bis jetzt sieht es gut aus Wir liegen vorne Nein Das passt doch jetzt Super Danke Was heißt er ja So Ach du kacke Das ist nicht mehr eine Strahlen-Sperre Was 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 Ich hab mal springen sollen Aber er ist auch irgendwo stehen geblieben Stecken geblieben Haha Jetzt kommen eine richtig Fette Kurve Stimmt Und sich ordentlich nehmen Was war das Du scheiß perfekter Kopf Dankeschön Und der ist auch wieder irgendwo hängen geblieben Wow wie zieht denn lang Ach sind wir hier wieder am Kanal Nein Nein bitte nicht Nein Hau ab Alter Der wurde nochmal angeschoben Alter wie knapp das war Und hätte die Polizei Ihn nicht in die Wand reingerammt Dann hätte ich verloren Ach wir haben im ersten Versuch es geschafft So Jetzt noch ihn crashen Und dann hätten wir es auch geschafft Und du haust uns nicht ab wie Der Lexus Willst du denn hin War auch irgendwo eine Fante oder so Alter Der ist so fies Ey der kleiner Alle Einheiten 1030 für kurze Einheiten Nichts und melden So Vielleicht kriegen wir ihn noch Mann Bleib hier Fuck Hatte ich im Fass Das bleibt doch mal stehen Da war ein Auto Haben wir Nein Yes Boah endlich So McLaren Dies hätten wir Und damit verabschieden mich Leute Und dann sehen wir uns Im nächsten Part wieder Wenn wir weitermachen Mit Diesem Schild Yeah Boah Und kaputt So läuft's So ich würde sagen So was wollen wir denn im nächsten Part fahren So den haben wir gemacht Na oh die A1 wollen wir nicht fahren Die ist weg Ach das ist dieser Backmono BMW haben wir ein M3 Ford Haben wir da schon ein Ford gefahren Ah komm Leute Ich würde sagen Wollen wir mal diesen Ach nee was Welcher steht jetzt nichts an Welcher Mossmontet fahren Mal 5 Und das ist Wir wissen was das für ein Auto ist Egal Was sind wir denn für Aber wir haben ein schnelles Auto Ach komm Leute Maserati Maserati GTMC Stray Da Zum Wagen springen Sehr schön Dann machen wir im nächsten Part weiter Oder in der nächsten Aufnahmesession Mit dem Maserati Darauf freue ich mich Und ich hoffe ihr auch Und damit sehen wir uns dann im nächsten Part wieder Von Need for Speed Most Wanted 2012 Ich wünsche euch noch Einen wunderschönen Abend Und bis zum nächsten Mal Ciao 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 Bis zum nächsten Mal